Hallo Leute, euer Mr. Adi ist wieder am Start. Willkommen zur 11. Episode der Abonnentenspiele. Wieder mal haben wir für euch ein neues Abospiel. Dies heißt, die heiße Kartoffel. Ja, ich würde mal sagen, die Regeln sind ganz simpel, aber wir werden die jetzt nicht erklären. Wir werden einfach anfangen direkt, dann sind die leichter zu verstehen, die Regeln. Okay, ihr alle geht dann erstmal hier, beziehungsweise erstmal sagen, wer alles dabei ist. Ein Fabi ist dabei, der Timmy ist dabei, der Owner, der Vegas, der Duckplayer, der Sprayer, der Passi, der Schlafwurf, der Niki, der Fox, Ghostie, Passisch, Scudamon, German Server, also Germany Server, Suki, Suki, okay, Suki. Und Neo-Diabolic. Die sind alle dabei. Neo-Diabolic. Genau, herzlich willkommen. Und ich würde sagen, Leute, ihr geht erstmal da in Deckung, ihr wisst, stellt euch mal hier so hin, da ungefähr so, wisst ihr Bescheid. Wisst ihr, was los ist? Ich will am Fenster. So, genau. So, ich rufe die Leute jetzt erstmal einzeln auf, dann schaut ihr einfach zu, wie das Spiel geht, und dann wisst ihr Bescheid. Okay, und zwar, rufen wir zuerst auf, um zu gucken, ich nehme mal zuerst die Germany Server. Komm mal ins Welt, warte noch, warte. Werf mal deine Granate out of map, werf die mal raus. Okay, so, jetzt eigentlich kurz die Regeln, und zwar, wir werden jetzt die Granaten die ganze Zeit hin und her werfen. Die Granate muss im Feld landen beim ersten, bei dem Wurf, muss die mal ins Feld landen, und ungefähr bis zur Hälfte der Linie muss die kommen. Bitte alle leid zu sein, während ich hier rede, weil das ist ein bisschen blöd für die Zuschauer. Die Granate muss, in der Hälfte hier ungefähr muss die landen beim Wurf, und muss generell im Feld landen. Die darf nicht außerhalb der Linie landen beim ersten Wurf, sprich, wenn ich die hier hinwerfe, die rollt da raus, es ist was anderes, das ist nicht schlimm. Aber die darf man nicht da rauswerfen. Man darf die auch nicht hier rumwerfen, also die muss schon im Feld, muss die sein, auf jeden Fall, die Granate. Ich glaube, das war soweit auch schon alles. Man darf die Granate nicht doppelt werfen, sprich, ich nehme die, werfe die einmal hier hin, und dann werfe ich die da hin, sondern man muss die direkt zum Gegner werfen. Wenn er die Granate zu mir wirft, muss ich die sofort wieder werfen, ich darf die auch nicht in der Hand gedrückt halten, sonst hat er keine Chance, die zurückzuwerfen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, und dann werdet ihr das Spiel schon verstehen. Okay, Leute, ich würde sagen, ihr da, passt auf, ne, die, die jetzt gerade zuschauen, wenn gleich die Granate kommt, ihr dürft die ja nicht wegwerfen, das heißt, ihr geht entweder etwas weiter in Deckung, oder, äh, ja, am besten in Deckung gehen, weil wenn ihr dadurch sterben solltet, dann seid ihr auch tot, ne, dann seid ihr auch weg vom Fenster, deshalb passt auf. Okay, dann würde ich sagen, jetzt hier, das ist ja nicht schlimm, da soll sie jetzt stehen, das ist ja nicht schlimm, die gehen nur in Deckung. Dann würde ich sagen, Germany Server, es geht los, und passt auf. Woll, die Granate muss im Feld sein, wenn die nicht im Feld ist, aber die Wagen fällt, oh, weg damit. Und wie gesagt, nicht gedrückt halten darf man die Granate, sonst, oh, war es gedrückt gehalten, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Oh, 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 oh Mal gucken, erstmal hier. Manchmal weiß ich nicht, ob die Granate wirklich im Feld ist, wenn ich hier so stehe, und nicht die Linie, dann bin ich da nicht so pingelig. Dann mache ich das Ganze mal weiter. Das ist sowas dann nicht ganz so schlimm. Das sind halt nur grobe Regeln. Es sollte ungefähr die Hälfte sein und auf jeden Fall aber in Feld der erste Buch. Ich bin Linienrichter. Linienrichter, genau. Wenn ich jetzt sterbe, dann kommt ein anderer für mich halt ins Spiel. Dann spielen die Leute einfach ganz normal weiter. Also hier gibt es jetzt nicht wirklich einen Sieger, wo man so sagen kann, der mit den meisten Kills gewinnt, weil es auch unziff wäre, wenn ich anfange, hat derjenige quasi einen Vorteil. Deswegen gibt es ja nicht so einen Gewinner. Einfach nur ein Just for Fun, so ein Abo-Spiel. Boah, Junge, jetzt geh mal. Vorräg mal. Boah, Junge, wo ist die Granate? Ja, die war knapp. Junge. Ja. Ping-Pong. Komm, komm, komm. Oh, zack. Komm, komm. Boah, verdammt, Junge. Das ist doch eigentlich wie Ping-Pong. Ach, nee. Das ist ja wie Tennis. Links, rechts, links, rechts. Ja, 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 ja. Alter, Junge, jetzt verreck. Ja, ja. Nein. Ja, jetzt. So. Das gibts nicht, Alter. Das gibts nicht, Alter. Und das steckt knapp, ja. Doch, voll Roller. Alter! Was? Die war auf der Linie, Alter. So nackt. Nein, nein, nein. Und. Was? Juri, jetzt verreckt, aber. Nicht mit mir. Jetzt verreckt, aber, Junge. Gehst doch gar nicht. Jetzt steht er auf. Ja, auf jeden Fall. Was ist hier los, Alter? Alter, das kann, das Spiel kann sich ziehen, natürlich. Da vor, vorab. Alter, hast du die in der Hand gehalten? Du legst doch alles durch, ne? Junge, 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 Junge. Jetzt geht er mal down. Kann doch nicht so schwer sein zu sterben. Oh. Hey, Niko, ich zeig dir was. Guck mal. Loos. Die war. Ja, die war. Junge, willst du jetzt noch deine Teamkameraden da die Zuschauer töten, oder was ist hier los? What? Ne, aber du bist gerade auf der anderen Seite. Oh, Junge, stirbt er. Nein. Ich bin der Babo, Junge. Und? Ja. Ich hab die im Feld, hier, die war in der Mitte und ist dahin gerollt. Oh nein. Jawohl. Aber du hast doch gesagt, die darf sich dahinter. Die ist dahin gerollt. Ich hab die nicht dahinter geworfen. Ja, aber der Anna hat doch auch gedacht, die darf sich dahinter wollen. Nein, nein, nein. Nein, hinterrollen ist egal, hab ich gesagt. Hab ich echt gesagt. Okay. Und werf, du bist dran. Wer auch immer jetzt da steht. Okay, jetzt zugeh. Nein. Ich hab schon gedacht. Ich hätte das fast geworfen, ey. Das war auf jeden Fall knapp, Alter. Die eine war richtig, die darf man nur nicht dahinter... Ich weiß. Die darf nur nicht dahinter werfen. Wenn die hinterrollt, dann kann ich mich beeinflussen, wo die hinten rollt. Ich hab die voll aus den Augen verloren, ey. Weil die dahinter gewollt ist. Ja, ja. Umso besser für mich natürlich. Ja. Oh, oh. Parsi, du springst jetzt bitte einmal out of map. Out of map spring, Parsi. Du hast ein gemessert. Spring euch bitte raus. Ja, du hast ein gemessert. Parsi, bitte spring jetzt raus. Das muss ich dich kicken und blockieren. Das willst du, glaub ich. Dankeschön. Und dann verlässt das Spiel auch gut. Ja, da kann ich nichts fehlen. Ja, die waren nicht in der Hälfte, Alter. Sorry. Die waren nicht in der Hälfte. Du hast aber gedacht, die müssen nur ein Gefährder sein. Ja, okay, ja, schön. Ja, ist okay, ja, schön, hast recht. Ja, ist okay, ist okay. Bei mir war auch eine ungefähr eine Hälfte am Anfang. Bei mir am Anfang. Wie bei ihm jetzt gerade, genau. Ey, du kich mal hier hin. Du kich mal hier hin, bitte. Muss die eigentlich innerhalb der Medien sein oder muss die einfach nur auf dem blauen Feld mindestens. Ne, also schon in der Linie. Also innerhalb auf dem blauen Feld, aber schon möglichst in der Mitte auch. Weil wenn du die direkt nach vorne hier hin wirfst, dann hat er keine Chance, die zu holen von der Zeit her. Ja, dann geht auch hinter den Seitenlinien so, dass das mindestens nur auf dem blauen Feld geht. Ne, 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 das nicht. Nein, nein, nein. Die Seitenlinien. Boah, den hatte ich voll oft richtig. Die Seitenlinien. Die Seitenlinien müssen schon. Komm, 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 komm. Was? Junge. Geht's doch nicht. Komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Boah, was gehst du da nicht, Junge? Jetzt verreckt. Oh Mann ey. Kann nicht wahr sein, Alter. So krank, wie lang das manchmal geht. Was? Ich dachte, der hätte den nicht. Vielleicht noch Granaten auch manchmal brauchen wir. Verkackt richtig schnell. Kann ich einen Flitz ummachen? Ich seh, ich bin da gar nicht schlecht. Was gut ist, die Leute können auch auf Toilette gehen oder was auch immer die Zuschauer. Nur die müssen aufpassen, dass sie sich ein bisschen... Na, wo ist die Karte? Boah. Dass sich etwas distanzieren, weil sonst kommt eine Granate in den Moment, wo die da auf Toilette am Kacken sind oder am sterben die erstmal. Alter, Zogi. Jetzt geh down. Junge. Werf die doch noch richtig weiter links. Hey. Oh, warte. Ich weiß nicht jetzt. Hab ich nicht genau gesehen. Okay. Und fällt. Deshalb. Lass ich weiter spielen. Ach, wenn du sie nicht gesehen hast, war sie auch nicht auf der Linie. Über die Linie. Oh, die waren nicht, oder? Ja, warte. Okay, okay. Da müsst ihr mal... Weil unten habe ich keine Augen, weil ich weiß nicht genau die Linie von mir ist. Deswegen müsst ihr da mal achten. Ach, nicht. Ich dachte, ich schon. Alter, Zogi, jetzt verreckt nochmal. Haha, du bist gut. Haha, war ein Scherz. Haha, war ein Scherz. Nein, nicht immer weiter nach rechts. So. Oh, nach links. So. Okay, war richtig stumm. Ja. 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 Das wird... Ja, jetzt roll doch mal dahinter, du Scheißding, Alter. Ich komm erst mal so. Was? Ich komm schon. Ich komm schon. Ich komm schon. Aber wer kann man klingeln, wenn du nicht so Adi gehst? Das gibst du nicht. Fahrt der Schlauch in mir. Ja, ist okay. Alter, Zogi. Ja, meine Hand tut weh. Alter, Zogi. Ja, meine Hand tut weh. Alter. Jetzt fliegt die Granate. Hä, wen? Hey, hallo! Wer trifft da noch ne Granate hin? Das tut raus. Da kann ich nix für. Da kann ich nix für. Da kann ich nix für. So, wer war das mit der Granate? Wer war das? Wer war das? Ich hab meine noch. Ich hab meine noch. Warte. Leute, jetzt fair play. Wer war das mit der Granate? Der kommt jetzt sofort her. Ey, das war Timmy. Timmy war das. Timmy hat keine mehr. Der war das. Der steht hinter dem Kasten. Das war Timmy. Komm jetzt her, wer die Granate geworfen hat. Sonst guck ich gleich extra ein Kilo. Und ich blockiere die Person für immer. Sowas ist scheiße. Komm jetzt hier hin, wenn das war. Das war Timmy. Das ist der Einzige, der keine mehr hat. Das war Timmy. Das ist dieser Timmy. Genau. Genau der. Also ja, Suki. Da kann ich nix für. Scheiße. Aber da kann ich echt nix für. Ich hab sogar beide Granaten geworfen. Tut mir leid. Da kann ich echt nix für. So kleine Leute versauen immer. Ja. Ja. Ist auch so. Das sind die, die nicht mehr hören müssen. Ja. Ist auch so. Versehen. Ja, ja Timmy. Oh. Ja, hallo. Ich hab die Amtszuschauen. Da muss man noch mal ein bisschen auf Professor fahren. Klar, du kannst nix dafür ja, Suki. Ich freue mich genauso wenig. Aber ja. Ist natürlich jetzt scheiße. Wenn ich jetzt mal durchgestorben wäre, hättest du auch weitermachen können. Können wir dann mal was anderes zusammen machen? Ja klar, sicher. Wie gesagt. Machen öfter mach ich die Aufnahmen. Wenn man online ist. Dann ähm. Das mal. Dann funktioniert das. Wenn du auch online bist an dem Tag. Oder so. Dann könntest du ja immer dabei. Kannst du ja mitmachen. Ja. 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 Woher wirfst du die Junge? Jetzt behalte die da hinten. Bei dir. Und. Was? Ich bin so grad in externer Ansicht wie das aufzutzt, wie der... Mann! Wer macht denn schon wieder so ne Granate da rein? Ja. Spring bitte runter. Du hast keine Granate mehr. Du musst dich jetzt töten gehen. Du brauchst nicht einen dafür. Du solltest irgendwie völlig scheiße. Weil immer welche auf den Granaten reinwerfen sind. Ja. Ja. Spring runter. Töte dich bitte auch. Dankeschön. Hä wo sind die hier. Aber wie kann man, 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 wie kann man auf den Knopf kommen? Ich verstehe sowas nicht. Ja, ich kann da ja auch dran. Und ein Auf mit dem Spielfeld, ja, dann kann man es doch auch auf den Messen, ja. Auf die, äh, auf die, äh, auf die, äh, Dings gelegt, auf die Kauschen, dann ist es irgendwie auszulösen. Ah, genau, es ist aufgemacht. Das kenne ich. Ja, ich muss, ach, ich muss das nicht aufpassen. Auf dem Kumpel vom L2 und L2 und L2, also der als erstes da war, grad in Aufnahme. Ähm, der ist auch immer Clan drin. Jawoll! So, okay. Mit direktem Treffen. Uh, äh, ja, der Bode, komm, los dann. Okay. Die Leute, die natürlich hier sind, ne, die hier stehen noch bleiben, die kommen erst da dran, ist ja klar. Ja, die irgendwo rumgabbern hier Out of Map, die, ich sag, da ist nicht, sagt sie, dass sie kommt. Ich stand ja da. Ja, ich weiß. Sag an was. Das Wort kommt gar nicht so. Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Nein. Ja, oder? Ja, oder? Ich werfe die gleich gegen den Bastelballkorb, dann kommt die zu dir geflucht. Oh, der war knapp, ja. Die Bastelballkorb, äh. Ja, das haben wir auch schon gemacht, das ist auch ganz geil. Guck bei Christian zu. Ja? Ich hab auch überlegt, ob ich mal bei Can You Beat Adi mitmachen will. Versteh nicht. Aber ich glaub, ich bin dafür zu schlecht. Ja, okay, okay, mach das. Ehe, mach recht, mach recht. Dankeschön. So, wie gesagt, das ist ein Abustiel, wo man keinen Sieger für hat. Und... Also, du hast die ja festgehalten. Du hast die festgehalten. Du hast die Granate festgehalten. Du musst die ja direkt werfen. Nö, hat er irgendwie nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er nicht. Mit mich. Oh, mein Gott. Okay, äh, Spoiler. Okay, werf mal. Aber, ich muss, ich muss, ähm, es fällt dir jetzt schon was anderes. Und zwar, wie gesagt, sagst du, was man von spielen kann ohne Gewinner. Wir werden ab jetzt den Basketballkorb mit ins Spiel einbeziehen. Sprich, man kann auch gegen den Basketballkorb werfen. Ja, das war jetzt auch noch der Mann am Basketballkorb. Oh, nicht im Feld. Super, dass das jetzt das Ding ist. Okay, du bist dran. Da hab ich auch schon mal voll dran gedacht. Du bist dran. Du kannst dich ja gegenwerfen muss, aber nicht genau. Boah, es verstecken sich. Ich find's irgendwie voll viele Leute irgendwo. Wo? Oh fuck, oh fuck. Wir sind im Whirlpool und sind an dem Rand. An dem Rand? Boah, Alter, ich will jetzt wie eine Basketballkorb. Die kommt so scheiße, die Granate. Wenn ich die rauswerfe... Wenn ich die rauswerfe... Äh, sie kommt. Ja! Ja! Täuschung! Sag mal. Rega, schlaf auf Ghost, du kommt mal her jetzt. Das ist eine Aufnahme, das ist scheiße so was. Komm, beeilt euch. Aber, Adi. So, ich bin dabei. So. Adi, du hast den Ball aber gehalten. Ich hab den direkt genommen und geworfen. Das dauert halt ein bisschen länger nur. Aber... Äh, Vegas, komm. Darf man... Okay. Ich hab den direkt genommen und geworfen und da hingezielt. Aber es dauert halt ein bisschen länger halt. Hab ich ja gesagt, Basketballkorb kann man mit einbeziehen. Okay, du bist dran. Ja, ja. Fabian. Ja. Hab ich gesagt. Hab ich gesagt schon. Ja, aber die anderen hatten das auch nicht. Wieso hast du eigentlich mehr Leben? Ja. Ja. Ne, die Sache gibt ja keinen Gewinner. Ich will mal ein paar Sachen jetzt in euch zeigen hier, was man alles machen kann auf jeden Fall. Das kann das Spiel ja weiter ausbauen. Genau, genau. Man kann das Spiel auf jeden Fall weiter ausbauen, man kann da noch einige Sachen dran ändern. Boah, Junge. Wo ist die Kranate? Wo? Ja? 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 Wieso kann... Wie geht das eigentlich, dass du mehr Leben hast als die anderen? Habt du gar nicht. Da hat auch noch eins. Ich bin doch noch nicht gestorben. Du bist doch gerade gestorben, ne? Nein. Das könnte man ja eigentlich auch mit dem Kampf machen. Nein. Du bist gerade nicht von der Kranate getroffen vorhin. Wo ist sie denn? Oh, sie kam! Boah, Alter, Junge. Boah, Alter, Junge. Boah, Alter. Ich hab dich gerade gemacht. Eine andere wicked troof. Ach, nicht. Ich hab mich gefunden. Bei euch hier, wenn ich leise. Und ich hab den Proffaut. Ich hab doch mal raus. Du bist grade immer. Ich hab nur die Video rausgemacht. Dann fängt sie mit dem Chris und ich hab das R bitch. Ja, das ist da. Das ist also so sehr. Es schaut möglichst aus wie die lakesidee. Und aber auch andere Folgen. Oh, war die dahinter? Die ist glaube ich dahinter geworfen, oder? Ich frag ja nur noch. Manchmal weiß man halt nicht, wie das... Ob das so war, weil das so schnell hier geht. Man konzentriert sich so auf diese fucking Kartoffeln hier. Komm, 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 komm! Junge! Komm, Adi, wach zu meinem Korb! Ja, ich muss gleich versuchen, jetzt grad kann ich erst mal... WAM! Was?! Junge! Döchelmove! Wenn du einen Klang gründen würdest, wenn du diese Klang gründen würdest, wenn du diese Klang gründen würdest. Keine Ahnung. Ich hab aber nur den Abu-Klan für euch gemacht und... Mein Klang, die ATE. Den AT-Klan, oder wie? Ja, den AT-Klan hab ich ja auch im Video schon gedacht. Ah... Abonniert uns... Abonniert uns... Abonniert uns... Oh, der war fehl! Du hast hier die Wand geworfen. Ja... Okay... Schlafhof... Und los geht's! Und los geht's! Jetzt kommt's! Der Schlafhof, der sagt, der kann das nicht, der gewinnt dich hier. Oh, das geht verrecken, Junge! Machst du danach noch ne Runde? Ja, erst mal gucken, wie lang die Aufnahme dann ist. Jetzt verrecht, Junge! Das ist doch kacke, wenn jemand ne Granate einen abshirft, ne? Das gibt's nicht! Das ist auch kacke! Das ist auch kacke! Aber... Wow, Glück gehabt! Wenn der sich so rausgeht, hab ich auch verloren, ne? Ist ja klar! Mr. Ali, nach Florian, wieso ist es eigentlich immer so bei... Fast immer bei Aufnahmen, hatte ich gesehen, dass es irgendwie so spät reagiert? Also vorher, dass du schon redest und danach... Ja, ich weiß, manchmal ist das so. Also, dass du schon eine Sekunde vorher sagst, so, oh mein Gott, und dann sterbe ich oder sowas. Das liegt daran, dass... Am Laptop, genau. Am Laptop liegt das. Erstmal hab ich's gemerkt bei Can You Beat Adi, dann beim 500 Abospecial, hab ich das auch gemerkt, wenn du zum Beispiel NEIN so gerufen hast, und dann, ähm, dann das passiert ist. Bei Can You Beat Adi, das war auch ein bisschen blöd. Und wenn du den schon gekillt hast, und noch nicht gekillt hast, und dann ja schon vorher ruft, Ich weiß. Aber es war bei den ersten zwei Episoden so. Bei der letzten Episode fand ich, war das jetzt nicht so. Bei der letzten Episode fand ich das gut, wie das war. Weil du dich gesehen hast, da fand ich das guter. Alter Schlafhof, meine Finger tun weh, mein Arsch tut weh, jetzt geht aber auch verrecken, Mann. Meine Lasagne wartet in der Küche, ich hab Hunger, Mann. Warum mein Arsch tut, weil ich hier ganz ehrlich schon sitzen, Mann, und die ganze Zeit mich voll am konzentrieren will. Ich muss mal bei so einem, Florian, ich muss mal bei so einem, ich muss mal bei so einem, Florian, ich muss mal bei so einem, ein Messer nehmen, ein Ballistikmesser, dann, dann linke Hände, beim Treffer. Oh, mit Extrembedingungen. Wir schnappen jetzt verreckt, Junge. Ja, schieß die noch weiter vor. Linie. Junge, Linie. Ja, Junge. Nein, fuck. Ja, verloren, ich hab Scheiße geworfen, du hast gewonnen. Töte mich. Und bumm. Ah, nimm. Oh, gut. Oh. So. 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 So.